Für uns alle? Entschuldigung, ich saß im falschen Raum. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen wegen der Raumverlegung heute Morgen. Ach ja? Das kann doch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Guten Tag, ich bin Töcker Mockenhock. Guten Tag, Jaffer Krösius. Entschuldigung? Jaffer Krösius. Herr Krösius? Genau. Wir haben verschiedene Hintergründe. Manche von uns kommen aus anderen Ländern. Geschlossene Gesellschaft heute. Manche von uns aus anderen Kulturkreisen. Alles gut? Nein. Sie, wo kommen Sie noch mal her? Man macht sich lustig über meinen Namen. Wie werde ich schikaniert? Das kann doch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Gut, gut. Wir haben verschiedene Hintergründe. Hat mir gesucht. Sie, wo kommen Sie noch mal her? Waren Sie noch nicht bei mir? Wo kommen Sie noch mal her? Alles gut. Geschlossene Gesellschaft heute. Wo kommen Sie noch mal her? Wo kommen Sie noch mal her? Alles gut. Weil Sie noch mal her? Untertitelung des ZDF, 2020